Also die EU-Partner mit deutlichen Worten in Richtung Theresa May. Grund genug, diese Brexit-Geschichte nochmal nachzuarbeiten am heutigen Tag. Ich begrüße ganz herzlich Prof. Wolfgang Wessels von der Universität Bonn, Politikwissenschaftler. Prof. Wessels, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? In Köln, Entschuldigung, wir haben so oft Bonner Professoren. Jetzt haben wir endlich mal einen Kölner Professoren, Entschuldigung. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung gewesen heute? Ach, ist ein Schritt in die notwendige Richtung gewesen. Ob es dann zu einem Endprodukt führt, wie wir es ja alle hoffen, dass es dann eine gemeinsame Lösung gibt, die von allen tragbar ist. Das ist noch sehr offen. Also man sieht doch, dass man die Verhandlungsposition erst mal festsuchen will. Und auf der Seite der EU ist man eben in einer etwas stärkeren Situation, weil die Scheidungskosten zunächst von Großbritannien getragen werden müssen. Und dann erst, und das ist die zweite Phase, will man sich gemeinsam festlegen, wie es in die Zukunft gehen sollte. Ich halte das nicht für sehr klug, denn ich glaube, beide Phasen sind natürlich am Schluss zusammenzusehen. Man muss ein großes Verhandlungspaket haben, aus dem jeder mit etwas herauskommen kann. Und zwar auch jeder aus den Mitgliedstaaten der EU. Und das wird noch ein weiteres Problem werden. Im Augenblick sieht das nach Einheit aus. Aber wenn man über die Zukunft redet, könnte es doch Unterschiede geben. Das Interessante ist ja, dass der Rückhalt für die harte Brexit-Politik der EU in allen Bevölkerungen Europas, außerhalb Großbritanniens, ja sehr groß ist. Ist das Säbelnrasseln, was dazu gehört? Und hinter den Kulissen ist es anders? Weil Michel Barnier erzählt ja auch, es dauert viel zu lange, die Briten liefern nicht. Ist da hinter den Kulissen möglicherweise aber schon viel mehr gelaufen, als man sich vorstellen kann? Das kann man schlecht überblicken. Aber einmal klassisch gehört es zu den traditionellen Verhandlungsmustern, dass man immer wieder so etwas aufbaut. Das kennt man von jeder Verhandlung. Man stellt erst mal Extremforderungen und bleibt hart, um dann schrittweise sich anzunähern. Und wir können nur hoffen, dass da Dynamik ist, gerade in Großbritannien. Wo ist denn da der Spielraum, der überhaupt zur Verfügung steht? Also erst wollten die Briten ganz viel, jetzt rudern sie ja nach und nach immer mehr zurück. Wo ist da der Spielraum, den Sie sehen? Ja, das hängt davon ab, was die Briten wirklich am Schluss wollen. Und wozu sie bereit sind, dafür auch zu zahlen, in Anführungszeichen. Einmal direkt Geld, aber zum Zweiten auch zu akzeptieren, etwa die Gerichtssprechung des Europäischen Gerichtshofs bei gewissen Fragen. Und da sind sie ja sehr hartnäckig, das nicht tun zu wollen. Sodass am Schluss gegebenenfalls ganz wenig Spielraum bleibt und man fällt zurück auf die Regeln der WTO, also der internationalen Regelungen zum Handel. Und das wird gerade für Großbritannien besonders negativ dann sein, weil doch viele industrielle Verbindungen existieren, die dann darunter leiden würden. Und viele Unternehmen in der EU dann erheblich mehr Kosten haben würden. Und das natürlich mit weniger Investitionen in Großbritannien verbunden wäre. Und mit wir beim Thema wären, Theresa May steht unter einem enormen Druck innenpolitisch. Nicht zuletzt wegen der ja eigentlich verloren gegangenen Wahl, die ihre Macht festigen sollte. Mit was geht sie heute nach Hause? Was kann sie zu Hause präsentieren, was sie nicht so schlecht aussehen lässt? Im Grunde genommen nur so eine kleine Anmerkung am Schluss, dass man schon in der EU anfängt, über diese zweite Phase nachzudenken. Das ist so ein kleines Zeichen. Ich glaube, im Augenblick ist man noch sehr hart in Brüssel oder bei allen 27 Staaten, weil man noch nicht sieht, ob May genug Spielraum hat. Vielleicht weiß man auch gar nicht, ob sie noch weiter die Verhandlung führen wird, weil man nicht weiß, ob die konservative Partei nicht vielleicht eine Alternative noch sucht, also in der Person des Regierungschefs eine Alternative sucht. Also ich denke, man versucht auf allen Seiten so ein wenig vorzutasten, ohne sich im Augenblick wirklich klar festlegen zu können. Im Moment liegt das Heft des Handelns oder sagen wir mal der Enthusiasmus und das Zupackende ja häufig bei Emmanuel Macron. Die Kanzlerin ist natürlich ein bisschen gehandicapt durch die Koalitionsverhandlungen, die laufen. Jetzt hat unser Korrespondent heute aber gesagt, sie war doch ziemlich offen und ziemlich straight, wie sie reagiert hat. Warum? Ja, ich denke, bei den Koalitionsverhandlungen ist dieser Teil der Europapolitik unbestritten mal erst. Problematischer sind die Reformvorschläge, die Macron machen will. Da wird es in den Koalitionsverhandlungen sicherlich noch erhebliche Kontroversen geben können. Also die Liberalen sind ja sehr kritisch gegenüber manchen Vorschlägen von Macron. Aber in der Brexit-Frage steht man mal erst alle in der Bundesrepublik und der Bundesregierung doch weitgehend zusammen, zu sagen, erst müssen die Briten jetzt liefern. Das heißt, sie müssen sagen, wie sie gewisse Fragen aufgreifen wollen und wie sie gewisse Probleme auch bewältigen wollen, die für alle in der EU von nachhaltiger Bedeutung sind. Herzlichen Dank, Professor Wolfgang Wessels, für Ihr Kommen heute Abend und die Analyse der Ergebnisse des EU-Gipfels, insbesondere in Richtung Brexit. Herzlichen Dank. Bitteschön.